hallo leute ich zeige euch heute wie ihr bei einem unified controller bei den ap ist die fünf gigahertz können alle geräte priorisieren können sich mit fünf gigahertz zu verbinden die dies natürlich können wir natürlich irgendein gerät kein fünf gigahertz bzw wlan ac kann geht das natürlich nicht zunächst geben wir einfach unseren browser melden uns einmal bei unserem unified controller an genau dann lädt er hier einmal die zonen in meinem fall meine importzone dann gehen wir einmal auf einstellungen und dann können wir uns das nämlich hier direkt anschauen aktuell wäre das dann bei drahtlos netzwerk ich habe einfach ein test wifi eingelegt und da können uns das kurz anschauen wir gehen einmal auf bearbeiten gehen hier unten auf erweitert und hier gibt es diesen punkt da aktuell leider kein endgerät drin ist kann ich das natürlich nicht anklicken ich kann euch das noch mal bei einer anderen zone zeigen einen moment und zwar bei uns genau dann gehen wir nämlich hier testweise auf bearbeiten ging auf erweitert und diesen haken weil ich habe in dem fall ein ap trenne und vereinzelte nicht ich habe das nämlich bei einem kollegen schon aktiviert das heißt wenn wir den hack rein machen macht er so dass er alle normalen endgeräte meistens iphone oder ähnliches alle mit 50 jetzt verbindet um die beste bandpreise zu haben wenn er natürlich zum beispiel endgeräte ab die nur 2,4 giga als können zum beispiel drucker oder ähnliches die würde immer noch weiterhin mit 2,4 giga als verbinden wir gehen hier einmal auf speichern und dann professionierte einmal den access point neu und am ende würde dann dauerhaft die neuen sachen priorisieren bzw die endgeräte primär auf 5 giga setzen und 2,4 gigahertz dann halt auch machen für die geräte dies hat nicht können und natürlich je weiter es weg ist ist natürlich 5 giga als schlechter weil 2,4 giga als hat mehr reichweite und 5 giga jetzt hat mehr bandbreite das heißt natürlich wenn ihr keine ahnung 50 oder 100 meter von dem wlan weg seid und die signalstärke schlechter wechselt irgendwann zu 2,4 gigahertz damit dann halt immer noch eine verbindung besteht so das gleiche können wir nämlich hier auch machen ich nehme ich auch noch mal einen hacken rein weil in dem fall habe ich zwei wlan ist einmal gast wlan und anderes wie ein normales wlan genau das wäre es schon gewesen bei fragen und in die kommentare für einen daumen hoch würde ich mir auch freuen dankeschön mit dem ich shallow